Hi, mein Name ist Dominik Braun und dieses Video ist der vierte Teil meiner Videoserie WordPress lernen. In dieser neunteiligen Videoserie geht es darum, ein Grundverständnis für das Content Management System WordPress zu entwickeln. Damit ist man in der Lage, ein Grundgerüst seiner Webseite aufzubauen und kann dann gezielt nach bestimmten Informationen oder weiteren Tutorials suchen. Diese Videoserie eignet sich besonders gut, um parallel unter Zuhilfenahme meines Buches eine eigene Webseite zu erstellen. Gleichzeitig kann aber auch jeder, der das Buch nicht besitzt, zahlreiche Dinge aus den folgenden Videos mitnehmen. Im vierten Teil soll es jetzt um die WordPress Plugins gehen. Das bedeutet, dass ich folgende Fragen unter anderem beantworte. Was sind WordPress Plugins eigentlich? Wie installiere ich sie? Wozu benötige ich sie? Und was sind die wichtigsten Plugins? Wie nehme ich Einstellungen an den einzelnen Plugins vor? Zum Start des vierten Teils der Videoserie befinde ich mich jetzt direkt schon im eingeloggten Zustand. Das heißt, ich habe mich jetzt über diese WP Admin Adresse mit meinem Username und mit meinem Passwort eingeloggt, so wie ich das im vorherigen Video gezeigt habe. Eine Sache habe ich nicht bedacht, die war ein bisschen unglücklich. Ich habe nämlich bei der WordPress Installation Info at Dominic Braun als E-Mail Adresse angegeben und deshalb wird hier rechts oben auch dieses Profilbild von mir angezeigt. Das ist normalerweise nicht der Fall. Also das wird nur deshalb angezeigt, weil ich für meine E-Mail Adresse Dominic Braun.net schon ein Gravatar Bildchen angelegt habe. In einem späteren Teil werden wir aber noch sehen, wie man das macht. Das heißt, für jemanden, der ganz neu seine Webseite angelegt hat, wird hier noch kein Bild angezeigt, sondern da ist einfach so ein blaues, so ein schemenhaftes Bildchen irgendwie, aber kein richtiges Foto. So, eine Sache will ich jetzt auch noch schnell zeigen, bevor wir zum Punkt kommen, nämlich zu den Plugins. Das ist nämlich das Thema dieses vierten Videos. Und zwar gibt es die Möglichkeit, hier oben immer so schon eine direkte Vorschau der Webseite sich anzeigen zu lassen. Also, das war der aktuelle Stand. Und wenn ich das eben aus diesem Dashboard heraus anwähle, dann bekomme ich eine Vorschau angezeigt im eingeloggten Zustand und die sieht ein bisschen anders aus als die Vorschau, die ich sehe, wenn ich nicht eingeloggt bin, wie sie ein ganz normaler Benutzer oder Seitenbesucher sehen würde. Nämlich diese Leiste hier oben, diese schwarze Leiste, die ist nur deshalb eingeblendet, weil ich gerade eingeloggt bin auf dieser Webseite. Ein Seitenbesucher würde diese schwarze Zeile nicht sehen. Wir kommen gleich noch mal auf dieses Thema zurück. Allgemein zu dem Thema, wie sieht die Webseite aus für einen Seitenbesucher? Denn aktuell ist es so, das Problem ist, oder ich kann das später noch... Ne, ich kann das genau, ich mache das jetzt direkt. Ich logge mich noch mal aus, gehe jetzt auf massimiliano-mustermann.com und dann wird man sehen... Seltsamerweise benötigt er gerade ein bisschen. Genau. Dann wird man sehen, dass diese Webseite so aussieht und wir haben jetzt das Problem, dass alle Änderungen, die wir jetzt machen, wird ein Seitenbesucher auch sehen. Also, wenn jetzt ein Seitenbesucher kommt, der wird dieses, diese, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, diese hässliche Webseite, diese noch total unfertige Webseite zu Gesicht bekommen und das wollen wir eigentlich nicht. Und was wir wollen, ist, dass etwas angezeigt wird, dass diese Webseite sich noch in Bearbeitung befindet. Per se kann man das nicht tun, da gibt es keine Funktion in WordPress für, aber genau für solche Fälle gibt es Erweiterungen in WordPress, mit denen man Zusatzfunktionen bekommt und diese Erweiterungen, die nennen sich Plugins. Und mit einem solchen Plugin werden wir jetzt gleich arbeiten, beziehungsweise ich werde jetzt erst mal zeigen, wie man Plugins überhaupt installiert, aktiviert, wo man sie findet. Deshalb werde ich mich zunächst mal wieder einloggen. sehr schön. Ich hatte das Passwort noch in der Zwischenablage. Wenn nicht, hätte ich ein Problem gehabt. Genau. Also, es geht jetzt um die Plugins. Die findet man hier im Dashboard im linken Bereich. Wenn ich das jetzt einmal anklicke, dann sehen wir alle Plugins, die schon installiert sind. Ich glaube, ich hatte das im letzten Video auch schon erwähnt. SiteGround hat von sich aus den sogenannten SG-Optimizer installiert. Also, das ist ein Plugin von SiteGround. Man sieht das hier jetzt auch nochmal. In einem Beschreibungstext steht das, aber es steht auch immer hier unten drunter nochmal, von welchem Entwickler dieses Plugin kommt. Und man kann sich auch immer noch Details ansehen. Das ist so eine Art Produktbeschreibung irgendwie. Das ist jetzt aber für uns eigentlich eher uninteressant. Also, wir haben hier praktisch jetzt unsere Liste bei installierten Plugins, wo wir alle unsere installierten Plugins sehen. Wie gesagt, das ist nur eins, was jetzt automatisch installiert wurde. Und wir wollen jetzt weitere hinzufügen. Und dafür gehen wir hier oben auf installieren und kommen dann in ein Fenster. Das sieht sehr, sehr ähnlich aus, so wie das Fenster von den Themes auch. Nämlich, dass man hier rechts eine Suchfunktion hat, hier rechts oben. Man kann nach populären, empfohlenen Plugins gehen oder nach Favoriten. Wir werden jetzt die Suche benutzen. Und zwar werden wir suchen nach coming soon. Denn das ist genau das Plugin, was wir brauchen, um anzuzeigen, dass sich unsere Webseite noch in Bearbeitung befindet. Und wir sehen jetzt, dass wir hier mehrere Anbieter haben. Also, wir haben eine große Auswahl. Natürlich wahrscheinlich ähnlich, wie man das jetzt bei Amazon machen würde. Kann man jetzt schauen, welche hat die beste Bewertung? Wer hat die meisten Menschen, die es bewertet haben? Und was aber auch nicht zu verachten ist, ist die letzte Aktualisierung. Denn was bringt es mir, wenn ein Plugin super bewertet ist, aber vor zwei oder drei Jahren das letzte Mal vom Entwickler aktualisiert wurde und vielleicht gar nicht mehr mit der neuesten Version von WordPress kompatibel ist. Deshalb ist das auf jeden Fall ein sehr wichtiger Faktor. Und aufgrund dieser Kriterien entscheiden wir uns jetzt einfach für dieses Plugin hier von Seedprod. Wir installieren das. Und genauso wie bei den Themes auch, installieren reicht erstmal nicht. Wir müssen noch auf Aktivieren klicken. Wenn wir das jetzt aktiviert haben, werden wir automatisch in diesem Fall weitergeleitet auf die Seite des Plugins. Manchmal wird man auch automatisch weitergeleitet auf die Übersichtsseite aller Plugins. Wir bleiben jetzt aber direkt in Seedprod drin. Und jetzt muss ich selbst erstmal schauen. Vorlagen. Abonnenten. Abonnenten. Einstellung. Also ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gemacht, muss ich dazu sagen, weil meine letzte Webseite, die ich aufgesetzt habe, ist ein oder zwei Jahre her. Und das Plugin wurde seitdem weiterentwickelt. Das heißt, man kann sich immer hier auch durchklicken. Genau, da wollte ich hin. Komischerweise hat er mir das eben beim ersten Mal nicht angezeigt, als ich hier bei dieser Pages Übersicht war. Und wir wollen jetzt, das ist hier praktischerweise schon aktiviert. Also ich hatte es kurz jetzt inaktiviert gemacht, jetzt wieder aktiviert gemacht. Also Active steht hier. Maintenance Mode. Den wollen wir jetzt ein bisschen bearbeiten. Und man kann jetzt hier Felder hinzufügen. Ich glaube, das war jetzt noch in der Zwischenablage, weil ich da schon ein bisschen was rumgebastelt habe. Ich werde das jetzt mal gucken, wie man das löschen kann. Beziehungsweise ich werde einfach zeigen, wie man einen neuen Inhalt hinzufügt. Also auch hier per Drag & Drop. Das heißt, man zieht das von links nach rechts rüber und kann jetzt den gewünschten Text hier eingeben. Also entweder hier oder in diesem Textfeld auf der linken Seite. Wir speichern das und gelangen dann über dieses Kreuz hier wieder zurück in unser Dashboard. So und jetzt folgendes Phänomen. Ich werde das mal demonstrieren. Im eingeloggten Zustand bekommen wir unsere Webseite angezeigt. Aber wenn ich mich jetzt auslogge und mir die Webseite anschaue, dann bekomme ich das hier gesehen. Also bekomme ich das hier zu sehen. Also jeder Seitenbesucher, der nicht eingeloggt ist. Und das sollte in der Regel ja auch nicht sein. Denn nur wir als Besitzer der Webseite können uns einloggen und die Webseite bearbeiten. Jeder Webseitenbesucher bekommt dieses Bild hier zu sehen. Natürlich kann man das jetzt vielleicht noch schöner gestalten, wenn man möchte. Aber am wichtigsten ist eigentlich die Information für den Seitenbesucher. Diese Webseite entsteht gerade und es ist wie so ein Vorhang oder sowas, dass er noch nicht dahinter sehen kann, was da alles jetzt gerade noch rumgebastelt wird. Weil in der Regel möchte man ja ein Kunstwerk erst dann enthüllen, wenn es fertig ist. Also das wäre das erste Plugin. Ich werde in diesem Video ein paar Plugins zeigen und vorstellen und installieren, aktivieren, von denen ich finde, dass sie sehr, sehr wichtig sind. Es sind aber nicht alle wichtigen Plugins, die es gibt, die ich jetzt hier zeigen werde. Dafür gibt es zu viele. Es ist dann auch zu speziell, weil manche nur für bestimmte Sachen irgendwie interessant sind. Also für bestimmte Personen in Frage kommen, andere wiederum nicht. Und deshalb werde ich hier nur einen Teil vorstellen. Also in meinem Buch stelle ich 18 vor, die 18 wichtigsten. In diesem Video sind es definitiv weniger. Also ich gehe jetzt hier wieder auf die Plugins, auf die Übersichtsseite. und wir sehen, hier ist ein neues dazugekommen. Das ist dieses Coming Soon, was ich gerade installiert und aktiviert habe und diese Einstellungen vorgenommen habe. Ich gehe jetzt hier oben wieder auf installieren und füge das nächste hinzu, nämlich Yoast SEO. Auch hier klicke ich wieder auf installieren und als nächstes auf aktivieren. Also kleine Erklärung dazu, was dieses Plugin macht. SEO Search Engine Optimization, also die Suchmaschinen Optimierung. Das ist etwas, ein Plugin, was uns bei der Suchmaschinen Optimierung hilft. Und hier hatten wir jetzt dieses Phänomen. Wir haben das installiert und werden nach der Installation und der Aktivierung, werden wir weitergeleitet wieder auf diese Übersichtsseite. Und was wir jetzt auch noch sehen ist, bei manchen Plugins haben wir hier nur diesen Button Deaktivieren. Manchmal haben wir hier noch Setup, Einstellungen, also das variiert, aber dieser Deaktivieren Button, der ist bei jedem. Und wenn wir den jetzt mal anklicken, ich mache das bei Yoast SEO, mache ich das mal vor, dann ist das Plugin deaktiviert. Das heißt, es ist nicht aktiv, aber es ist zumindest hier da. Bedeutet, dass wir es jederzeit wieder aktivieren können und die Einstellungen, die wir gemacht haben, die sind nach wie vor vorhanden. Also wenn man etwas nur zwischenzeitlich für eine kurze Zeit abstellen möchte, ist diese Funktion interessant. Ansonsten, wenn man es gar nicht mehr verwenden möchte, dann kann man es hier auch löschen. Das mache ich jetzt nicht, weil dann müsste ich es wieder neu installieren, weil ich es ja behalten möchte. Ich klicke jetzt einfach nur auf Aktivieren und damit ist es wieder aktiv. Ich werde bei diesem Plugin jetzt auch gar nichts weiteres mehr machen. Ich habe das jetzt einfach nur installiert und aktiviert und damit lasse ich es gut sein. Wir werden später bei den Seiten und bei den Blogbeiträgen noch sehen, was dieses Plugin alles kann. Beziehungsweise, ich möchte auch darauf hinweisen, ich habe schon ein Video produziert, wo ich Yoast SEO genauer vorstelle, was es macht. Also das werde ich jetzt mal kurz verlinken hier oben, dieses Video für die Leute, die da schon ein bisschen Informationen sich holen wollen. Ich klicke jetzt als nächstes wieder auf Installieren und dann installiere ich hier das, was direkt an erster Position hier schon vorgeschlagen wird, nämlich der Classic Editor. Also das, den brauchen wir, wenn es um die Unterseiten und um die Blogbeiträge geht, weil das unser Bearbeitungsfenster ist. So, jetzt muss ich noch mal kurz auf mein Blatt gucken, was als nächstes kommt. Genau, okay, also ich mache jetzt weiter mit dem Kontaktformular und suche deshalb hier oben nach Contact Form. Und auch hier bekomme ich wieder mehrere Sachen angezeigt. Ich installiere Contact Form 7. Ich aktiviere das, so wie bei den anderen eben auch. Und jetzt taucht es hier in der Übersicht auf. Ich klicke jetzt hier auf die Einstellungen. Was ich jetzt noch nicht erwähnt habe übrigens, ist folgendes. Mit jedem Plugin, was wir installieren, kann es sein, dass hier links auf der Seite neue Einträge hinzukommen. Also zum Beispiel Formulare, das ist jetzt neu hinzugekommen, weil ich das Contact Form installiert habe. SeedProd, das ist neu hinzugekommen, weil ich das Coming Soon Plugin installiert habe. Dann muss ich mal schauen. SEO, neu dazugekommen, weil ich Yoast installiert habe. Also es kommen mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit neue Punkte hinzu, wenn man ein Plugin installiert. Aber es muss nicht so sein. Zum Beispiel der Classic Editor, der hat jetzt nicht bewirkt, dass hier auf der linken Seite was neu hinzugekommen ist. So, wir wollen jetzt beim Contact Form 7 schon mal ein paar Einstellungen vornehmen. Oder Einstellungen ist der falsche Ausdruck, aber ich gehe da einfach mal rein. Ich hätte übrigens auch hier über Formulare, Kontaktformulare dahin kommen können. Also häufig gibt es einfach mehrere Wege, um an eine bestimmte Position zu kommen. Und ich werde jetzt ein neues Kontaktformular hinzufügen. Das nenne ich ganz neues Formular. Der Titel dieses Formulars ist eigentlich nur für uns relevant, weil wir intern mit diesem Namen arbeiten. Der spätere Seitenbesucher, der wird nicht zu sehen bekommen, wie dieses heißt. Deshalb können wir eigentlich fast jeden Namen eingeben. Diese Einstellungen hier kann man eigentlich so lassen, wie sie sind, die ersten beiden zumindest. Und jetzt die Meldungen sind sehr interessant. Ich müsste jetzt eigentlich für unseren Massimiliano Mustermann, der ja für sich entschieden hat, dass er auf seiner Webseite seine Besucher siezen möchte, alle diese Meldungen in sie umformulieren. Ich mache das beispielhaft für die erste Zeile, aber die anderen lasse ich dann aus, weil das zu viel Arbeit wäre. Also vielen Dank für Ihre Nachricht. Sie wurde gesendet. Und so kann man hier jede Message, die man bekommt als Seitenbesucher, die kann man individualisieren und ändern. Natürlich das Abspeicher nicht vergessen. Und hier steht auch immer nochmal oben drüber, an welcher Stelle diese jeweilige Mitteilung eingeblendet wird. Also zum Beispiel, wenn man die Nachricht absendet, bekommt man eben diese Meldung. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Sie wurde gesendet. Und so weiter. Zusätzliche Einstellungen werde ich jetzt auch ignorieren. Was wir jetzt aber brauchen, ist dieser Code hier in diesem blauen Bereich. Den werden wir später, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir unsere Kontaktseite aufbauen, werden wir diesen nochmal benötigen. Ich klicke jetzt rechts auf Speichern nochmal, sicherheitshalber und gehe dann zurück zu den Plugins. So, ich hätte eigentlich auch direkt hier auf Installieren klicken können. Also wie gesagt, es gibt immer mehrere Wege, um an einen bestimmten Punkt zu kommen. Und werde jetzt nun mein nächstes Plugin installieren. Und zwar gebe ich jetzt ein CSS. Das ist auch was sehr Spannendes, nämlich ein CSS-Editor. Ich klicke jetzt erstmal hier auf Installieren bei dem von SiteOrigin und werde den dann im nächsten Schritt aktivieren. Und in der Zwischenzeit kann ich noch kurz erklären, was CSS eigentlich ist. Also CSS steht für Cascading Style Sheets. Das sind Dokumente, mit denen man die grafische Gestaltung einer Webseite kontrollieren kann. Das ist normalerweise total nerdiger HTML-Kram, sage ich mal. Aber das Schöne ist, dass man mit so einem Plugin trotzdem auf die Gestaltung seiner Webseite eingreifen kann. Das wird vor allen Dingen dann interessant, wenn man an Sachen schrauben möchte, wo die Designvorlage vielleicht gar keine Stellschrauben vorinstalliert hat. Also Sachen, die man eigentlich gar nicht verändern kann. Die kann man über ein solches Plugin eben doch in der Darstellung verändern. Also ich werde das auch mal kurz demonstrieren. Bei Design ist jetzt der Punkt Custom CSS neu dazugekommen. Ich klicke jetzt hier. Ah, der hat das tatsächlich schon übernommen aus der Vorinstallation. Ich mache das mal wieder weg. Also das ist auch ganz spannend. Ich hatte, bevor ich jetzt dieses Video angefangen habe zu drehen, habe ich ein bisschen experimentiert, damit ich zumindest halbwegs weiß, was ich zeige und nicht irgendwie ins kalte Wasser springe. Und ich habe die Plugins dann aber alle wieder gelöscht und wie ich jetzt feststelle, wenn man die dann wieder neu installiert, werden sehr viele Einstellungen, die man gemacht hat, die sind dann trotzdem noch vorhanden, wenn man die Plugins wieder neu installiert. Also ich werde jetzt Folgendes demonstrieren. Ich klicke hier einfach mal einen Bereich an. Also wie gesagt hier oben. Und ich hätte gerne, dass der Abstand nach unten, also die Grenze zwischen dem weißen und diesem grauen, hellblauen, dass das ein bisschen größer ist. Margin, das ist der Abstand. Und zwar wähle ich den hier nach unten an. Und jetzt kann ich hier bei Plus die Pixelanzahl erhöhen. Und schwupps rutscht das alles ein bisschen nach unten, ohne dass ich irgendeinen Code selbst eingeben musste. Wenn ich jetzt auf den Haken klicke, dann übersetzt er mir das in einen CSS Code. Also CSS sieht folgendermaßen aus. Ganz klassisch für CSS sind diese Klammern, diese, ich weiß gar nicht, die haben auch einen bestimmten Namen, fällt mir jetzt aber nicht ein hier unter Druck. Aber die sind ganz klassisch für CSS. Also es gibt bestimmte Befehle und die werden dann immer mit diesen Klammern eingerahmt sozusagen. Wir speichern das und damit, ich kann das jetzt auch nochmal demonstrieren, in der Vorschau sind diese Änderungen, die wir gemacht haben, übernommen. Das sieht jetzt zwar nicht schön aus, aber das war jetzt auch nur aus Demonstrationszwecken, dass ich das gemacht habe. So, dann gehe ich jetzt wieder auf die Plugins, beziehungsweise auf Installieren, weil ich noch was hinzufügen möchte. Und zwar geht es jetzt um den Cookie-Hinweis, der wird nochmal ganz spannend sein. Also die meisten Plugins, die ich jetzt gezeigt habe in diesem Video, sind eigentlich so Must-Plugins, also welche, die man unbedingt haben muss. JDPR auch ganz klar, Cookie-Compliance sollte man haben, oder sind wir noch zu schwach formuliert, muss man haben, unterstrichen in Fettschrift, muss, 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 denn Datenschutzgrundverordnung und so weiter. Wir aktivieren das. So, und jetzt muss ich erstmal schauen, wo haben wir das? Hier, JDPR Cookie-Compliance. Hier können wir über die Einstellungen was vornehmen, aber auch über die linke Seite hier, über diesen neu hinzugekommenen Punkt, kommen wir genauso in diese Einstellungen rein. Ich mache das einfach mal hier rüber jetzt. und wir sehen, dass wir für diesen Cookie-Hinweis einige Sachen bearbeiten können. Primäre Markenfarbe, da können wir jetzt unser Corporate Design praktisch, wenn wir mögen, angeben. Ich habe das jetzt dummerweise nicht mehr im Kopf und auch nicht geöffnet, aber das kann man dann auch noch nachträglich machen. Man kommt ja jederzeit hier rein wieder in diesen Punkt. Dieses Plugin, das hat einige Einstellungen. Also man hat jetzt hier wirklich innerhalb dieses Plugins nochmal diverse Sachen, wo man reinklicken kann und die man einstellen kann. Ich werde in diesem Video jetzt wirklich nur grob darauf eingehen. Das heißt, es gibt diverse Tutorials, Texte oder Videos, wo man wirklich explizit nach diesem Plugin sich schlau machen kann. So, jetzt muss ich mal schauen. Der wichtigste Punkt ist eigentlich wirklich dieser Hinweis, wie der formuliert ist. In der Standardformulierung ist er schon ganz gut. Das heißt, rechtlich ist er meines Erachtens schon einwandfrei. Das Einzige, was ich jetzt wieder machen werde, ist, wir verwenden Cookies, um Ihnen die bestmögliche Erfahrung auf unserer Webseite zu bieten. Kannst du, können Sie erfahren, welche Cookies wir verwenden oder Sie ausschalten. Genau. Ich klicke jetzt auf Speichern und damit ist dieser Satz hier auf jeden Fall abgespeichert. Jetzt will ich mal was schauen. Ach genau, noch ganz wichtiger Punkt. Jetzt muss ich schauen, wo ich das finde. Ich glaube, bei den allgemeinen Einstellungen. Genau. Einwilligungsverfall. Bei Cookie-Einblendungen ist es so, dass wenn ich jetzt eine Webseite besuche als Webseitenbesucher und ankreuze, ja, das ist okay, oder da bestimmte Einstellungen vornehme, dann wird das gespeichert für so und so viele Tage und diese Cookie-Meldung, die ploppt nicht jedes Mal auf. Ich kann das aber als Seitenbetreiber einstellen. Ich könnte zum Beispiel hier eine Null eingeben und das würde bedeuten, dass der Seitenbesucher jedes Mal, wenn er meine Webseite besucht, diesen Cookie-Hinweis bekommt. So, doch, genau. Ich dachte jetzt schon, im eingeloggten Zustand bekomme ich das nicht zu sehen, aber doch. Hier unten, das ist dieser Cookie-Hinweis. Der ist jetzt neu dazu gekommen. Zustimmen und schon ist das Ding verschwunden. Wunderbar. Das war das vorletzte Plugin, was ich vorstellen wollte. Eins werde ich noch installieren und zwar eins für Social Media Buttons. Social Media. Und auch hier gerade bei diesem Thema Social Media hat man natürlich diverse Anbieter, die sowas anbieten. Ich werde mich jetzt für WP irgendwas, hieß das glaube ich, was ich nehmen wollte. Genau, WP Zoom. Das werde ich nehmen. Aber auch nur deshalb, weil ich das eben schon getestet habe und weiß, dass es funktioniert. Kompatibel ist mit der aktuellen Version von WordPress, aber auch mit der aktuellen Version von Astra. Ich klicke jetzt auf Aktivieren, wie immer. Und bei diesem Plugin ist es jetzt so, wo haben wir das? Na, hier. Genau. Social Icons, Widget und Blog bei WP Zoom. Hier habe ich jetzt kein Feld mit Einstellungen und auf der linken Seite ist jetzt so schnell auch nichts mit dem Namen Social Media zu finden oder WP Zoom oder ähnliches. Das Ganze versteckt sich nämlich bei Design und Widgets. Und das wird zum späteren Video nochmal aufgegriffen. Also in einem späteren Teil werde ich das nochmal erklären. Und zwar sehen wir jetzt hier Social Icons bei WP Zoom. Da ist das. Wie man mit Widgets arbeitet, werde ich aber zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genau zeigen. Damit wären wir am Ende des vierten Teils angelangt. Im fünften Teil soll es dann um weitere Anpassungen der Webseite gehen. Für die Leute, die mein Buch noch nicht kennen, habe ich unterhalb des Videos in der Beschreibung einen Link hinterlassen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im fünften Teil der Videoserie wiedersehen. Jetzt die water, bis heute an anoszeOWN… Beim Zeitpunkt wird es dann wie sie schon in unserer Website gehen für motherkukleus.